Wir sind in Porto. Ja, wir haben einen kurzen Abstecher gemacht. Denn heute, wir fliegen nach Berlin. Überraschung und Geburtstagsgeschenk. Überraschung, Geburtstagsgeschenk für Mama. Mama, wir kommen, aber du weißt nichts davon. Es ist kalt, es ist kalt und wir verlassen das hier hinter uns. Also nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was vielleicht noch kommt. Es kommt auf jeden Fall. Wir? Wir fahren nochmal hierher. Ach so, ich dachte schon nach Berlin. Nein, nein. Das Ziel ist nämlich, dass wir von Berlin aus wieder zurück nach Porto fliegen. Von Porto wieder zurück nach Spanien. Und von dort aus unsere Reiserende. Weiter führen. Führen. Ja, genau. Und Mama, wir sehen uns am Samstag. Wird eine kleine Überraschung sein. Also das da ist schon geil. Und das da sowieso. Und das da oben sowieso. Und hier auch eben. Ach so, ja, hier. Kost, kost, kost. Oh, komm mal. Komm mal, komm mal, kost, kost, kost. Bist du beschuldet? Was machst du denn hier? Nee. Oh, nee. Was mit gesagt? Nee. Doch. Victor? Nee. Victor ist da. Oh, mein Gott. Nee. Du bist besilt, Mama. Du bist schiefst, Mama. Wie hat es gemistelt? Wie hat es gemistelt? Wie war es gemistelt? Hey. Nice to meet you. Das ist gemistelt. Thank you! Oh, mein Gott. No, Mann. Wir sind in Porto. Wir sind in Porto. Mama, wir sehen uns am Samstag. Die Kantechnik und die Kantechnik. Die Kantechnik. Auflassen. 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 Das ist der Mann, Palt! Ich habe zu machen. Hey! Hey! See you in the video! Ha 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 ha! Oh, gut.